Yo, servus Leute, jetzt höre ich den ECE Durchfahrt in Wächtersbach, Leute, vor der Baureihe 412. Der kommt hier angefahren. Das ist gerade Sauwetter jetzt in Wächtersbach. Hat eben voll geschifft wie sonst was. Wenn euch mein Video gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch oder abonniert mich. Schreibt es noch in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.